Der Spinner Ich lauf'n Bahnsteig lang und weiß nicht, ob ich hier weg war oder was. Ey, guck mal, da kommt ein Schnellzug und fährt weiter. Ein Bulle von der Bahn taucht auf. Ich halt den Brief in meiner Hand fest, da steht, du fühlst dich tot wie Stein. Und dass du dir jetzt einen Wald suchst, um dir im Moosenbett zu bauen, dein Riesensaxofon ist natürlich auch da, und Flöten, Flöten sollen auf der Wiese wachsen. Die alte Frau bezahlt mit Kleingeld. Wir warten auf den nächsten Zug. Ich frag die alte, wo der Wald ist. Sie sagt, mein Udo ist schon lange tot. In meiner Tasche klebten Bonbon. Wir steigen ein in unseren Zug. Bei Wertheim gab es Salamander. Ich bring dir einen mit ins Moos. Als ich in Hamburg aus dem Zug steig, lauf' ich durch die Straßen bis zur Elbe hin. Down to the river. Da seh' ich dich am Ufer stehen. Ich faß' dich an und so, du hörst nichts. Du sagst, du musst zum anderen Ufer. Die Fähre fährt am nächsten Tag. Ich dachte, dass du tief im Wald wohnst. Ich wußte nichts von deinen Ufern. Der Spinner Der Spinner ist wahrscheinlich die Person, von der als Du erzählt wird. Du spinnst, sagt man, wenn man resigniert und auf den anderen keinen Einfluss mehr hat. Ich laufe'n Bahnsteig lang und weiß nicht, ob ich hier wegfahre oder was. Wenn Bleiben oder Gehen egal ist, dann ist alles egal. Ey, guck mal, da kommt ein Schnellzug und fährt weiter. Von der geschäftigen Wichtigkeit eines Schnellzuges ist man also ausgeschlossen. Ein Bulle von der Bahn taucht auf. Auch egal, zumindest heute. Aber irgendetwas verbirgt der Sprecher hinter der Aufzählung irrelevanter Beobachtungen. Ich halte den Brief in meiner Hand fest. Da steht, du fühlst dich tot wie Stein. Was für eine bewegende Requisite. Ein Brief, den man die ganze Zeit in der Hand hält, weil er vielleicht das Letzte ist, was man von der geliebten Person noch hat und aus dem man erfährt, dass die Liebe zu ihr an diesem Gefühl nichts ändern konnte. Und dass du dir jetzt einen Wald suchst, um dir im Mosenbett zu bauen. Allein will der andere sein, aus der Zivilisation, aus allen Beziehungen aussteigen. Dein Riesensaxofon ist natürlich auch da und Flöten, Flöten sollen auf der Wiese wachsen. Eine Erinnerung an das, was diese Person mal interessierte. Musik. Und offenbar sind sinnlose Träume für sie typisch. Die alte Frau bezahlt mit Kleingeld. Im Bahnhof fällt das auf. Die Frau muss sich das Geld für ihre Fahrkarte lange zusammengespart haben. Münze für Münze. Wir warten auf den nächsten Zug. Der Sprecher fühlt sich der alten Frau für kurze Zeit verbunden. Ich frag die Alte, wo der Wald ist. Sie sagt, mein Udo ist schon lange tot. Ein absurder Dialog, der nicht mehr oder weniger ausdrückt, dass da zwei gleichzeitig reisen, die beide ihren Kummer haben, aber ausgerechnet der jeweilige Schmerz ist es, der die beiden auch voreinander verschließt. In meiner Tasche klebten Bonbons. Wir steigen ein in unseren Zug. Nur irrelevante Feststellung, um nicht von anderem reden zu müssen. Bei Wertheim gab es Salamander. Wertheim war ein Kaufhaus nach Art des Kaufhofs. Dass sie eine Kleintierabteilung gehabt hätten, glaube ich jetzt nicht. Vielleicht ein Wortspiel mit der Schuhmarke? Ich bring dir einen mit ins Moos. Ist nur sein scherzhafter Gedanke. Wahrscheinlich hat der Sprecher keinen mitgenommen. Als ich in Hamburg aus dem Zug steig, laufe ich durch die Straßen bis zur Elbe hin. Offenbar weiß der Sprecher, wo er hin muss. Down to the river. Zitate dienen oft dazu, das Geschehen, in dem man sich befindet, zu ironisieren. Dieses hier ist einem spiritual entnommen. Down to the river to pray. Ob tatsächlich ganz im Inneren sogar gebetet wird? Da sehe ich dich am Ufer stehen, ich faß dich an und so, du hörst nichts. Und so. Lauter Signale, dass man den Ernst der Lage wenigstens sprachlich vor sich verbergen will. Man hat doch eigentlich geglaubt, dass man zu cool oder auch zu nihilistisch für Probleme ist. Leider wissen die Probleme nichts davon. Du sagst, du musst zum anderen Ufer. Die Fähre fährt am nächsten Tag. Was soll das andere Ufer sein? Ich habe jetzt auch ein wenig Angst um diese Person. Ich dachte, dass du tief im Wald wohnst. Ich wusste nichts von deinen Ufern. Auf welche Weise diese andere Person aus der Welt aussteigen will, ist offenbar eine andere als die, von der bisher die Rede war. Ja, man hat jetzt zusammen mit dem Sprecher Angst um diese Person. Was für ein bewegender Text. Auf welche Weise Clyde! Wir müssen dir, was tailored ist, sondern zu dermalieren. Wir müssens ein wenig Angst um diese Person darüber nachzudenken. Wobei heiß supplements tracken soll, dass du nicht dazu bei mir MullğazLY mehr so am ich re Vielen Dank. Vielen Dank.